Als Biersche, als ich aber immer ein Näs betraf, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, wie das von meinen Kanern im Internet sind, können sie nicht einfach irgendeine Sachen gucken, die für sie nicht gut sind, für sie nicht richtig sind, wo auch Gefahren für Kaner zum Beispiel, Laura und für Asterbayer, das haben auch ein Thema. Ihr könnt so stark sie wie ihr wollt, wir im Internet könnt ihr einen Kaner just beschützen, von der Martina Schwetzt, an sie ob problematische Situationen vorbereitet. Meine Informationen können Sie sich hier.